Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit Jagd auf Rang 1. Wir sind aktuell auf den vierten Rang und möchten versuchen, heute in diesem Video noch den ersten Rang zu erreichen. Wir sind weiterhin mit der Z35 unterwegs. Kapitänskillung findet ihr im ersten Video dieser Reihe. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gefecht für diese Folge. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Schlafender Riese. Weiterhin natürlich mit dabei der JC Gameplay in der Fiji und der Tactic Angel ist hier auf die Nelson gewechselt. Hat ja die Duke of York vorher gespielt, war dort aber nicht ganz mit zufrieden. Dementsprechend jetzt mit der Nelson unterwegs. Sind jetzt auch ein Stern vor dem dritten Rang. Mars und Torsch im Gegnerteam. Definitiv zwei Schiffe, wo wir aufpassen müssen. Mögliches Radar. Und natürlich die Mars auch ein sehr starker Zerstörer auf der Stufe. Sind auf jeden Fall auch direkt geortet. Und fahren auf jeden Fall Richtung B. Falls wir B bekommen, können wir uns ja vielleicht nochmal versuchen, den A Punkt zu holen. Ist ja immer relativ naheliegend, wenn man es schafft, die Mitte einzunehmen. Kann ein Gegner dort natürlich nicht so einfach Richtung A kommen. Von daher hat man dort meistens immer zwei Fliegen mit einer Klappe. Punktortung zeigt relativ mittig immer noch Richtung Startpunkt. Wir hauen hier einfach auf Verdacht einfach mal unsere Torpedos ungefähr in die Richtung von unserer Funkortung. Irgendwo dort hinter dem B Punkt müsste sich die Mars aufhalten. Dort haben wir das zweite Schlachtschiff entdeckt. Fehlen nur noch die zwei Kreuzer. Und der B Punkt ist blockiert. Das heißt, die Mars ist auf jeden Fall hier drin. Bevor wir es so nah anmachen, warten wir mal, ob vielleicht unsere Torpedos erfolgreich sind. Und das sieht aber leider nicht so aus. Ist dort leider ein Stück weiter rechts. Nebelt sich jetzt hier auch. Wird aber natürlich durch unser Sonar hier offen gehalten. Versuche jetzt hier ein bisschen rüber zu schießen. Gelingt uns hier aber auch nur so semi. Nebeln uns hier. Damit wir nicht aufgeklärt werden. Mars haut hier aber leider ab. Dementsprechend der Nebel eventuell ein bisschen Verschwendung. Müssen wir mal sehen. Brennt hier aber auf jeden Fall noch von uns. Versuchen die Mars für unser Team aufzuhalten. Wenn wir jetzt natürlich darauf schießen, würden wir wahrscheinlich massiv von den fünf Gegnern, die alle relativ in Schussposition hier sind, kassieren. Von daher müssen wir die Mars jetzt hier erstmal davonlaufen lassen. Können aber vielleicht die gleich nochmal schießen, wenn wir in den A-Punkt reinfahren, weil dort haben wir dann ja quasi Deckung. Machen das hier auch. Immer nochmal 700 Schaden gemacht bei der Mars und keiner konnte zurückschießen durch die Insel. Und nebenbei, wir haben ja wirklich das gesamte Gegnerteam hier auf unserer Seite in der Mitte. Alle fünf Schiffe konnte sich der JC auf der C-Seite auf jeden Fall auch noch den Punkt holen. W-Punkt haben wir eben ja schon eingenommen und als nächstes holen wir uns jetzt hier den A-Punkt. Damit haben wir auf jeden Fall volle Kontrolle, was das Gefecht angeht. Auch wenn wir noch kein Schiff rausgenommen haben, wird es jetzt schon sehr, sehr schwierig für die Gegner, davon wieder zurückzukommen. Das zeigt auch, wie wunderbar, obwohl Mars dort klar im Vorteil war, was den eigenen Teamsupport angeht, durch das starke Sonar mit der Reichweite, ist so eine Z-35 halt einfach hervorragend, um dort die Cap-Punkte zu umkämpfen. Und in der Regel kann man sich davon auch nur zurückziehen und hoffen, dass man so eine Z-35 erwischt, wenn das Sonar halt nicht aktiv ist oder schon verbraucht ist. Gegnerteam pusht jetzt hier relativ verzweifelt nach vorne. Wissen natürlich auch, auch wenn die Runde erst vier Minuten alt ist und noch kein Schiff versenkt wurde, wird der Punktevorsprung nicht unbedingt geringer. Wir haben jetzt schon 150 bzw. 250 Punkte Vorsprung, ohne dass wir ein Schiff überhaupt versenkt haben. Und jetzt ist das Ganze natürlich noch höher. Die Helena relativ verzweifelt hier reingefahren. Passiert jetzt hier auch ein Torpedo und jetzt sieht es natürlich nochmal deutlich besser aus. Wir haben im gesamten Team kaum Trefferpunkte überhaupt verloren. Einfach eine schöne Runde, um zu sehen, wie wichtig die Map-Kontrolle ist. Und feindlicher Zerstörer hat sich jetzt hier wieder in den B-Punkt zurückgetraut. Haben leider erst in einer Minute circa unsere Verbrauchsmaterialien wieder einsatzbereit. Aber der Mars wird es halt ähnlich gehen. Von daher haben wir hier natürlich jetzt den deutlichen Trefferpunkte-Vorteil von unserem ersten Treffen. Und auch der JC kann mit drauf schießen. Die werden natürlich auch von der Trosh beschossen. Aber die Mars wird jetzt hier rausgehen. Und damit sind wir hier auch schon kurz vor dem Sieg. Da kommen nochmal die Torpedos der Mars. Schorsch auf jeden Fall relativ defensiv gespielt in der Runde. Ich weiß immer noch nicht, ob die Schorsch mit Radar überhaupt gespielt hat oder ob er den Katapultjäger dabei hatte. So oder so war er nie wirklich nah genug dran, um uns mit einem möglichen Radar gefällig zu werden. Und da geht auch die North Carolina raus. Und damit ist auch nur noch die Schorsch übrig. Und die wird wahrscheinlich auch die Runde hier überleben. Uns fehlen ja hier nur noch 50 Punkte, um den Sieg zu holen. Sieht sich dort auch komplett zurück. Aber die 1000 Punkte sind jetzt erreicht. Und damit bekommen wir natürlich den nächsten Stern dazu. Und erreichen damit auch den dritten Rang. Bekommen natürlich wieder ein paar kleine Belohnungen. 300 Stahlmarken nimmt man mit. Eine starke Runde, aber alles sauber runtergespielt. Und ab ins nächste Gefecht. So, wir sind im nächsten Gefecht für diese Folge. Haben jetzt hier auch nochmal einen relativ großen Sprung gemacht. Hatten ja eben den dritten Rang erreicht. Haben inzwischen jetzt hier schon den zweiten Rang erreicht. Das heißt, uns fehlen nur noch drei Sterne für den ersten Rang. Die drei Gefechte von Rang 3 bis Rang 2 konnten wir auch ungeschlagen durchziehen. Waren jetzt aber aus meiner Sicht nicht unbedingt die spannendsten Runden dabei. Von daher hoffe ich mal, dass es hier ein bisschen besser wird. Drei Schlachtschiffe pro Team. Ein Kreuzer, ein Zerstörer. Ich fahre hier auf jeden Fall Richtung A rüber. Florado und Heinrich hier unsere zwei zufälligen Mitspieler. Drei Schlachtschiffe pro Team. Ein feindlicher Zerstörer nutzt auf jeden Fall keine Funkortung. Dementsprechend weiß er auch nicht, wo wir hinfahren. Das ist schon mal natürlich ein großer Vorteil für uns. Scheint aber nicht so aus, als wenn wir hier ein feindliches Schiff haben, was Richtung A fährt. Von daher können wir hier höchstwahrscheinlich den A-Punkt einnehmen. Hauen hier einfach mal unsere Torpedos Richtung Funkortung, falls der Zerstörer dort durch die Mitte fahren sollte. Ansonsten haben wir hier natürlich auch gute Torpedo-Nachladezeit. Bis wir die das nächste Mal brauchen, sind diese höchstwahrscheinlich wieder einsatzbereit. Konnten aber hier, wie gesagt, den A-Punkt ohne jegliche Gegenwehr einnehmen. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Zwei von den feindlichen Schlachtschiffen haben sich dort im B-Punkt hinter der Insel platziert. Und der Kreuzer fährt dort rechts auch schon raus. Hat dort aber auch schon gut was kassiert, die York. Hm, sieht fast so aus, als wenn die Schlachtschiffe auf jeden Fall am dichtesten dran sind. Von daher vermute ich mal... Dass vielleicht sogar der feindliche Zerstörer ganz außen rum fährt, hinten um diese große Insel rum, zwischen B und C. Okay, hauen hier einfach mal die Torpedos raus. Auch wenn die feindlichen Schlachtschiffe dort wahrscheinlich raus sind. Okay, zufälligerweise klären wir jetzt hier die Torpedos vom feindlichen Zerstörer auf, die gerade unsere Heinrich dort torpedieren möchte. Dementsprechend feindlicher Zerstörer auf jeden Fall vor uns. Aber aktuell sieht es halt nicht verkehrt aus. Wir haben halt die zwei Punkte. Leider ist unsere Heinrich ein bisschen sehr aggressiv zu weit nach vorne gefahren. Und kassiert natürlich jetzt hier das ganze Fokusfeuer. Natürlich ein bisschen bitter. Weil es halt nicht wirklich einen Grund gab, in dieser Situation nach vorne zu fahren. Wahrscheinlich wollte er halt unbedingt irgendwie seine Sekundär in Einsatz bringen oder Torpedos. Aber wir müssen nicht unbedingt den B-Punkt einnehmen. Das Gegnerteam ist halt in der Position, wo es was machen muss. Und wenn man in unserer Situation jetzt einfach zuseht, dass man positiv seine Trefferpunkte austauscht gegen die Feinde. Was natürlich einfach ist, wenn das Gegnerteam gezwungen ist nach vorne zu fahren. Aber konnten hier den Tod unserer Heinrich wenigstens rächen. Auch wenn der JC dort leider gerade massiv von der North Carolina dafür kassiert hat. Und die Akatsuki konnten wir einmal kurz aufklären. Dann konnte JC schon eine richtig gute Salve auf den Zerstörer abfeuern. Was ca. 60-70% der Gesamtrefferpunkte waren. Und anschließend hat die Akatsuki noch den Fehler gemacht. Und sich nochmal direkt vom JC aufklären zu lassen. Von daher ist es von den Schiffen her wieder ausgeglichen. Und der feindliche Kreuzer hat natürlich auch nicht viele Trefferpunkte mehr übrig. JC muss halt dort nur zusehen, dass er dort hoffentlich sich zurückziehen kann. Jörg hat hier nichts mehr an Trefferpunkten übrig. Lasse ich mich in der Situation einmal aufklären. Um die Jörg wenigstens endlich mal zurück in den Hafen zu schicken. Wer weiß, was so eine Jörg noch sonst anrichten kann. Muss dort nur die gesamte Zeit hinter eine Insel warten. Mit seinen wenigen Trefferpunkten. Um dort eventuell dann noch mit den Torpedos irgendjemanden rauszunehmen. Alle schon gesehen. Von daher ist es natürlich unfassbar wichtig. Alle Schiffe so schnell wie es geht. Rauszunehmen. Nicht nur durch den Punktevorteil. Sondern auch durch die möglichen Gefahren. Öffnen jetzt hier auch das Feuer gegen die North Carolina. Um dort vielleicht einen Brand zu machen. Hat dort ja auch nicht mehr unfassbar viele Trefferpunkte. Die anderen zwei Schlachtschiffe sind dort noch relativ zentral hinter der Insel. Konnten jetzt hier sogar einen Doppelbrand machen. Das ist natürlich super. Ich meine, die North Carolina hat das Schadensbegrenzungsteam auch genutzt gehabt. Das heißt, die Doppelbrände hier werden wahrscheinlich sogar reichen, um die North Carolina hier rauszunehmen. Und dadurch, dass alle feindlichen Schlachtschiffe mehr oder weniger hinter einer Insel sitzen, konnten wir hier sogar gemütlich aus der Mitte der Karte schießen, ohne dabei teilweise sogar überhaupt aufgeklärt zu werden. Denn J.C. schießt jetzt hier auch nochmal drauf. Aber so oder so geht jetzt hier die North Carolina raus. Und hier auf jeden Fall mal ein Torpedowerfer raus. Und nutzen jetzt hier einfach mal unser Sonar, um die zwei feindlichen Schlachtschiffe aufzuklären. Benötigen ja sowieso nicht wirklich mehr so nah an der Runde. Feindlicher Zerstörer hat es uns doch dort relativ leicht gemacht. Und punktemäßig sieht es natürlich jetzt hier auch sehr, sehr gut aus. King Drought hier leider rechtzeitig runtergebremst. Reingedreht. Verlieren jetzt hier auch leider den Taktik noch an der Stelle und werden von der Nelson aufgeklärt. Dadurch, dass er drei Kilometer dran ist. Nutzt dort auf jeden Fall nicht das Zahnungsmodul. Aber sind hier auf jeden Fall in einer relativ guten Situation und Position. Machen hier noch einen Brand auf die King George. Und wenn sich die Nelson dort vortraut, haben wir natürlich zumindest mal einen von unseren Torpedowerfern einsatzbereit. Der zweite braucht auch nur noch 20 Sekunden. Nelson hat es hier natürlich auf uns abgesehen. Und das genau meinte ich. Wir schaffen es jetzt hier Torpedos nachher rauszuhauen. Ohne Trefferpunkte zu verlieren. Das gleiche hätte zum Beispiel New York auch machen können. Wäre natürlich jetzt bei dieser Salve rausgegangen. Aber Torpedos können halt einfach unfassbar viel und schnell Schaden machen. Kriegen jetzt hier auch noch das Großkaliber. Und treffen jetzt nochmal die Nelson mit weiteren Torpedos. King George hat das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Versuchen dort jetzt hier natürlich auch nochmal einen permanenten Brand zu machen. gelingt uns hier auch und geht jetzt hier auch raus. Und die Runde ist gewonnen. Holen uns hier den nächsten Stern dazu. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins nächste Gefecht. So. Wir sind im Gefecht. Auf der Karte Weg des Kriegers. Beikreuzer, zwei Schlachtschiffe, ein Zerstörer pro Team. Atlanta müssen wir auf jeden Fall sehr aufpassen. Hat natürlich Radar. 8,5 Kilometer Reichweite. Eigentlicher Zerstörer. Sollte im 1 gegen 1 kein großes Problem werden. Und los geht es. Wir werden auf jeden Fall fürs erste Richtung C fahren. Versuchen dort den C Punkt einzunehmen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Funkortung auf jeden Fall ein bisschen nach rechts schon direkt gesprungen. Könnte ein Anzeichen sein, dass der feindliche Zerstörer Richtung B bzw. A fährt. Oder halt durch die Mitte so ein bisschen. Okay, es sind auf jeden Fall nicht mehr geortet. Von daher kann ich natürlich jetzt nicht genau sagen, wer geortet ist. Das ist vermutlich unsere Myoko, die hier aus welchem Grund auch immer komplett in die Mitte auch Richtung C reinfährt. Das ist natürlich eine ganz schlechte Idee. Speziell mit zwei Schlachtschiffen pro Team. Ich hoffe, dass die Myoko dort nicht allzu schnell rausgeht. Ja, Funkortung immer noch nach rechts. Hat dort sehr Glück gehabt, dass die Rook dort kaum getroffen hat mit der Salve. Aber feindlicher Zerstörer fährt auf jeden Fall zur anderen Seite. Hängen wir hier auch für unser Team. Okay, Myoko. Merkt gerade glaube ich, dass es doch nicht die beste Idee war, dass er dort in die Mitte gefahren ist. Dreht jetzt hier um. Da hinten kommen auch schon die Torpedos vom feindlichen Zerstörer Richtung A. Leider unsere Scharnhorst dort auch direkt welche mitgenommen. Das ist natürlich nicht so schön. Konnte für unser Team jetzt hier den C-Punkt einnehmen. Werden aber hier auf der C-Seite auch nicht wirklich bleiben können. Erstens gibt es keinen großen Grund dafür. Zweitens ist dort hinten die Atlanta, die dort sicherlich mit ihren Radar was machen möchte. Ja, Myoko hier leider circa die Hälfte von seinen Trefferpunkten verschwendet. Einfach in die Mitte reingefahren. Ohne wirklich selber Schaden da mal machen zu können. Und unsere Scharnhorst auf der anderen Seite natürlich auch im 2 gegen 1. Nicht unbedingt in der besten Situation dort. Und Position hat dort glaube ich wieder Torpedos kassiert. Feindlicher Zerstörer konnte sich dort oder wurde aufgeklärt. Zumindest für einen kurzen Moment. Aber wir verlieren jetzt hier unsere Scharnhorst. Das ist natürlich äußerst bitter. Hat dort natürlich dann auch voll Breitseite gedreht. Und dort dann vom feindlichen Schlachtschiff noch zusätzlich zu den Torpedos kassiert. Das ist natürlich alles andere als ein guter Rundenstart. Wir sind natürlich jetzt auf dem Weg zur Hilfe gegen den feindlichen Zerstörer. Aber es ist halt nichts mehr von unserem Team übrig zum Helfen. Und feindlicher Zerstörer ist jetzt natürlich hier in den A-Punkt reingefahren. Und jetzt wird es natürlich schwierig. Weil es ist halt auch kein wirklicher 1 gegen 1 Kampf jetzt hier. Weil natürlich die North Carolina dort als Support am Start ist. Wir schaffen es hier zeitlich wahrscheinlich nicht rechtzeitig den A-Punkt zu blockieren. Feindlicher Zerstörer ist genau hier auf der anderen Seite der Insel. Links von uns. Zeigt uns ja die Funkortung. Er weiß natürlich auch wo wir sind. Okay. Ist auf der anderen Seite auch wieder aus dem Punkt rausgefahren. Ist dort genau vor der North Carolina. Oh. Treffen hier aber wenigstens ein Tapedo auf die North Carolina. Leider keine Flutung gemacht. Und ja der Zerstörer ist wie gesagt genau dort auf der anderen Seite. Aber fürs Erste holen wir uns hier den A-Punkt zurück. Falls er nicht wieder zum Verteidigen kommt. Drehen hier auf jeden Fall schon mal unser Schiff um dort in eine bessere Position zu kommen. Um eventuell auch Torpedos auf die North Carolina rauszuwerfen. Allerdings blockiert beziehungsweise nimmt der feindliche Zerstörer jetzt auch wieder den A-Punkt ein. Trefferpunkte mäßig sieht es echt sehr sehr schlecht aus für unser Team. Der Taktik hat dort auch schon massiv kassiert. Tracy hat nicht mehr viele Trefferpunkte und unsere Myoko wo die Hälfte der Trefferpunkte hin sind haben wir ja am Anfang gesehen. Von daher wird es hier auf jeden Fall äußerst schwierig irgendwas in der Runde reißen zu können. Okay da haben wir auf jeden Fall den feindlichen Zerstörer. Nutzen jetzt hier unser Sonar. Beschleunigen hier um den Torpedos auszuweichen. Und jetzt ist es natürlich eine Leichtigkeit. Wir haben uns so positioniert dass die North Carolina halt für uns hinter einer Insel ist. Wir können hier sozusagen einen 1 gegen 1 Kampf fokussieren. Wir müssen dort aufpassen. Die North Carolina kommt dort aber raus. Deswegen nebeln wir uns jetzt hier auch an der Stelle. Aber verlieren jetzt hier auch unsere Myoko per vernichtenden Schlag. Aber die North Carolina dort den Fehler gemacht. Ein kleines bisschen zu weit nach vorne gerutscht. Und ich glaube er kriegt den Rückwärtsgang dort nicht mehr schnell genug rein. Und so ist es auch. Kassiert hier unsere Torpedos und den vernichtenden Schlag. Das ist natürlich ganz ganz wichtig hier in der Situation gewesen. Dass wir hier im 1 gegen 2 beide feindlichen Schiffe rausnehmen. Weil die C Seite wirklich nicht äußerst gut aussieht. Und auch wenn das Gegnerteam jetzt hier den C Punkt einnimmt. Haben wir jetzt hier natürlich diese Seite der Karte relativ leer gemacht. Dementsprechend können wir auch hier gemütlich Richtung B fahren. Auch wenn uns das vielleicht ein, zwei Minütchen kosten wird. Unsere Hauptaufgaben sind hier auf jeden Fall erfüllt. Feindlicher Zerstörer eliminiert. Bereits zwei Solo Caps. Hoffentlich gleich das dritte geholt. Fünfmal verteidigt. Nicht noch gegen die Skorne. Wichtig wäre jetzt hier auf jeden Fall die Atlanta rauszubekommen. Weil es sieht so aus als wenn die Atlanta dort versucht Richtung A bzw. B hier rüber zu kommen. Und das wäre natürlich schon ein relativ großes Problem. Punktemäßig sehr sehr ausgeglichen. Leichter Punktevorsprung noch für uns. Und wenn wir den D Punkt gleich einnehmen. Wird dieser hoffentlich nochmal ein bisschen größer wieder werden. Hauen hier auf jeden Fall einfach mal die Torpedos raus. Ein Fächer jedenfalls. Falls die Atlanta dort sich entscheidet dort reinzudrehen. Verlieren jetzt hier aber leider. Auch den Taktik war dort ja schon sehr sehr angeschlagen. Zweiten Fächer können wir hier auch mal raushauen. Müssen jetzt aber aufpassen, dass wir dort nicht in die Radarreichweite reinkommen. Können hier einmal vielleicht schießen. Ganaten leider, wie es aussieht, aber nicht getroffen. Nichtsdestotrotz haben wir hier den B Punkt jetzt eingenommen. Und können hoffentlich, was die Punkte angeht, hier wieder ein bisschen aufschließen. Dadurch, dass wir den Taktik natürlich verloren haben. Haben wir hier ca. 60 Punkte Rückstand. Und das Problem wird sein, dass die Atlanta natürlich den B Punkt gleich zurückholen wird. Ich glaube die feindliche York war dort aber auch schon relativ angeschlagen. So sieht es aus. Der JC konnte dort auf jeden Fall einige Trefferpunkte wieder hochheilen. Und kann dort vielleicht jetzt hier im 1 gegen 1 die York rausnehmen. Das wäre natürlich top. Okay, da konnten wir auch die Rook aufklären. Starker Kill hier auf jeden Fall vom JC. Sowohl die Rook als auch die Atlanta fahren jetzt hier aber Richtung B. Nehme hier auf jeden Fall den relativ defensiven Weg. Möchte nicht riskieren ins Radar zu kommen. Weil wenn wir hier rausgehen, dann wird es schwierig. Weil dann ist auch die A und B Seite verloren. Und punktemäßig sieht es ja jetzt gerade wieder gut aus. Der JC kann dort auch gleich Richtung C fahren. Nachdem beide Gegner jetzt ja hier auf dem Weg zu unserer Seite sind. Sollte die C Seite dort dementsprechend wieder frei sein. Um dort die Punkte einzunehmen. Beziehungsweise den Punkt. Okay, feindliche Atlanta mittlerweile im B Punkt angekommen. Vielleicht können wir die Atlanta hier mit etwas Glück zwischen den Inseln aufklären. Aber vermutlich wird die Atlanta hier hinter dieser großen Insel sein. Wo wir leider keine Aufklärung bekommen. Aber wie gesagt, den B Punkt können wir hier auf jeden Fall durchaus wieder abgeben. Da wir jetzt ja wieder den C Punkt bekommen. Positionieren unser Schiff jetzt hier aber auf jeden Fall relativ mittig. Auch wenn wir jetzt hier die Atlanta nicht dran hindern konnten. B einzunehmen, müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir die Aufklärung bekommen. Weil die Atlanta wird jetzt zu 99% natürlich weiter Richtung A fahren. Und versuchen dort natürlich jetzt anschließend den A Punkt einzunehmen. Von daher wäre es jetzt hier auf jeden Fall wichtig, die Atlanta zu sehen. Wenn diese Richtung A fährt. Hauen dafür jetzt hier auch mal kurz die Torpedos raus. Werden uns aber wieder ein bisschen selber umpositionieren. Um dort ein bisschen besser die Aufklärung zu bekommen. Ein bisschen nervig, dass so viele Inseln hier auf der Karte sind. Dementsprechend ist es natürlich auch mit mehr Risiko verbunden. Gerade gegen Radarkreuzer. Weil diese sich leichter ranschleichen können, wie im offenen Wasser. Aber sollte soweit noch relativ gut sein. Wir sehen aber hier auf jeden Fall direkt schon nach oben raus. Weil ich vermute, dass die Atlanta schon äußerst dicht dran ist. Und dort ist auch schon die Atlanta. Wir sind dort auch knapp in der Radarreichweite drin. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht gegen die Insel fahren. Können aber die Atlanta für den JC aufklären. Der hoffentlich dort gleich eine gute Position hat. Um vielleicht die eine oder andere Salve Richtung Atlanta zu schießen. Ohne dabei selber aufgeklärt zu werden. Werde hier auch selber nochmal ein, zwei Mal rüber schießen. Bis wir die Atlanta nicht mehr aufklären. Wir treffen die auch mit zwei Granaten. Und die weiteren Granaten von JC in der Luft holen die Atlanta raus. Und jetzt sieht es natürlich sehr, 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 sehr gut aus. Jetzt muss eigentlich nur noch einer von uns beiden überleben. Die Rook wird es zeitlich nicht mehr schaffen, den JC rauszunehmen und noch einen Punkt einzunehmen. Von daher ist das hier eigentlich der garantierte Sieg. Die Frage ist nur, ob der JC es schafft, noch zu überleben. Wir versuchen auf jeden Fall hier vielleicht das Schadensbegrenzungsteam der Rook rauszunehmen. Kriegen jetzt hier auch unser Großkaliber. Hat uns noch ein viertes Schiff gefehlt, welches wir beschädigen mussten. JC hat dort auch die Torpedos rausgehauen. Brand ist uns hier leider nicht gelungen. Aber die Torpedos sehen sehr, sehr gut aus. Dreichen hier sogar für den vernichtenden Schlag. Und wir haben es echt noch geschafft. Diese richtig, richtig harte, mit Abstand die schwierigste Runde und auch knappeste Runde in der Saison zu gewinnen. Das ist natürlich richtig, richtig geil. Und ich würde sagen, wir gehen mal hoffentlich ins letzte Gefecht für diese Folge. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Kampfzone. Ich glaube zum allerersten Mal in dieser Saison. Direkt unser mögliches letztes Gefecht. Achilles im Gegnerteam ist auf jeden Fall kein äußerst schlechter Zerstörer. Hat aber natürlich keinen Nebel. Allgemein sind wir dort natürlich gerade mit unserer zu nahen Nebelkombo klar im Vorteil. Speziell, wenn er dort den Fehler macht, zu nah heranzufahren. Ich werde, glaube ich, Richtung A fahren. Werde versuchen, dort den A-Punkt für unser Team einzunehmen. Und anschließend mal schauen, wo die Gegner so hinfahren. Drei Kreuzer pro Team. Da muss man natürlich besonders vorsichtig sein als Zerstörer. Wenn man dort einmal in einer ungünstigen Position aufgeklärt wird, hat man dort wahrscheinlich sehr viele feindliche Granaten in unsere Richtung fliegen. Wobei glücklicherweise wir dort keine wirklichen leichten Kreuzer im Gegnerteam haben. Alle eher schwere Kreuzer mit schlechterer Feuerrate. Von daher könnte es definitiv noch ein bisschen unangenehmer sein. Mit zum Beispiel in Atlanta, Belfast, Fiji. Sowas sieht man natürlich absolut gar nicht gerne. Auf einen Schießen als Zerstörer. Ja, sieht so aus, als wenn der feindliche Zerstörer dort noch relativ mittig ist. Allgemein konnten wir auch noch nichts aufklären. Von daher gehe ich mir fast von aus, dass das gesamte gegnerische Team dort noch relativ dicht bei C steht. Leider haben wir hier unsere Atlanta nicht anwesend. Mittlerweile bewegt sich die Atlanta wenigstens. Ja, und ich denke mal, wir sind nicht mehr geortet. Feindlicher Zerstörer wird dort auf jeden Fall irgendwo noch bei C rumfahren. In der Nähe zumindest. Wir werden dementsprechend auch nur schnell den A-Punkt hier einnehmen, um unserem Team einen Punktevorteil zu sichern. Und dann fahren wir natürlich rüber. Und schauen mal, was wir dort so machen können. Dort kommen auf jeden Fall schon mal die Achilles-Torpedos. Hat er vermutlich auch noch nach der Funk-Ordung rausgeworfen. Gut. Aber auf jeden Fall schon mal eine gute Ausgangsposition. Aber die Achilles befindet sich jetzt bereits in unserem B-Punkt. Haben dort aber ja eigentlich eine Atlanta direkt neben. Wobei die Atlanta dort leider wegfährt. Also schade, sagen wir es mal so. Wenn man schon Radarkreuzer hat und man in so einer guten Position vielleicht einen feindlichen Zerstörer per Radar aufmachen könnte. Das ist natürlich ungünstig. Ist dort vielleicht noch nicht so ganz im Gefecht drin. Wir haben dort ja auch verspätet rein. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Atlanta fährt jetzt quasi Richtung A, wo wir eigentlich sowieso nichts zu kämpfen haben. Aber die Achilles ist auf jeden Fall fürs Erste aus dem B-Punkt wenigstens wieder rausgefahren. Dementsprechend halten wir hier unseren Punktevorteil. Allerdings der Hektik-Dur hat natürlich gut gefokust schon. Funkortung ist umgesprungen. Das heißt die Achilles, ja wir sehen auch schon die Torpedos auf unsere Zara ist dort jetzt nördlich vom Startpunkt. Und der Taktik hat dort leider wieder ein paar Torpedos, glaube ich, kassiert. Das ist natürlich ungünstig, gerade weil das halt so vermeidbar wäre, wäre dort unsere Atlanta rumgefahren. Oder hätte selbst nur einfach Radar gedrückt, der Zerstörer wäre garantiert drin gewesen. Dann hätte er erstmal auf jeden Fall mal Respektabstand genommen. So mussten wir quasi mehr oder weniger komplett über die ganze Karte fahren, um jetzt den feindlichen Zerstörer zu jagen. Bis dahin haben wir natürlich im Team viele Trefferpunkte verloren, auch wenn mehr oder weniger die Zeit natürlich mit uns läuft. Die Achilles ist wieder auf jeden Fall in den B-Punkt reingefahren auf der anderen Seite. Dort kommen auf jeden Fall auch Torpedos. Nutzen jetzt hier auch unser Sonar für mögliche weitere Torpedos. Der Taktik dort leider wieder ein Torpedo bekommen. Kann dort natürlich als Schlachtschiff auch schwierig ausweichen, muss man so sagen. Und die Achilles hat halt sehr, sehr schnelle Torpedos. Lassen hier auf jeden Fall auch mal für den Taktik und für den JC ein Nebel da. Konnten jetzt hier auch die Achilles kurz aufklären. Zumindest mal wieder den Punkt verteidigen. Auch wenn er gleich zugehen wird. Aber Elf der Trefferpunkte hat dabei die Achilles immerhin verloren. Werden aber selber zum Aufklären wieder rausfahren. Wie gesagt, der Nebel war halt Premier für den JC. Dort kommen Torpedos von wahrscheinlich der York. Die sollten eigentlich keine Reichweite haben. Wir sind jetzt hier nochmal aufgeklärt von der Achilles. Unser Sonar läuft noch. Werden natürlich jetzt hier auch vom Gegnerteam massiv beschossen. Aber die Achilles hat hier nicht mehr viele Trefferpunkte übrig. Und der JC holt hier auch das erste Blut. Jetzt sollten wir natürlich zusehen, dass wir hier in dieser Position erstmal wieder zugehen. Der Taktik hat ja auch schon, wie gesagt, nicht mehr viele Trefferpunkte. Aber die Scharnhorst ist natürlich jetzt hier auch sehr, sehr weit vorne. Leider hat die Sekundär hier gerade noch unglücklicherweise einen von unseren Torpedowerfern ausgeschaltet. Dadurch haben wir leider gleich in 20 Sekunden nur einen anstatt zwei verfügbar. Wir konnten aber das Ganze auf jeden Fall so weit überleben. Haben natürlich immer noch den Vorteil, in der gesamten Runde tickt natürlich der A-Punkt für uns, auch wenn das Gegnerteam hier hin und wieder definitiv den B-Punkt von uns umkämpft hat. Da haben wir zu keinem Zeitpunkt eine Runde dort im Nachteil, was den Punkteeinkommen angeht. Hauen wir einfach mal den Torpedofächer raus. Keine Ahnung, ob die Scharnhorst dort jetzt wieder reinfahren möchte oder wird dort wahrscheinlich schon draußen sein, bis die Torpedos ankommen. Und so ist das auch. Jetzt sieht es aber natürlich selbstverständlich sehr, sehr gut aus. Zwei Punkte hier im Vorteil. Beziehungsweise zwei Schiffe und einen Punkt im Vorteil. Und wir könnten uns jetzt hier sogar, falls die Gegner sich entscheiden, jetzt aggressiv Richtung A oder B zu fahren, könnten wir dem Gegnerteam den C-Punkt einfach unter der Nase wegnehmen. Jetzt muss schon einiges schieflaufen, damit wir diese Runde nicht gewinnen und damit nicht den ersten Rang erreichen. Gegnerteam hat sich wohl entschieden, dort jetzt eher Richtung A die Attacke zu machen. Können jetzt hier vielleicht auch ein bisschen Ablenkung schaffen. Wir hätten den Nebel in 5 Sekunden wieder einsatzbereit, falls es brenzlig wird. Einfach um unseren zwei Kreuzern auf der A-Seite ein bisschen zu entlasten. Beide haben nicht mehr viele Trefferpunkte. Und es scheint auf jeden Fall schon mal zu klappen, dass man mindestens hier die New Orleans von unseren Kreuzern ablässt und jetzt hier in unsere Richtung guckt. Papierlos haben wir ja auch noch Richtung York unterwegs. Die New Orleans geht natürlich jetzt hier voll auf uns. York geht auch raus. Und der JC kommt dort auch schon hinten um die Ecke. Die New Orleans wird dort vermutlich auch nicht mehr lange überleben können. haben uns jetzt hier noch mal genebelt. Und AP ist noch mal geladen. Brauchen wir aber gar nicht mehr. Und die Runde ist gewonnen. Und damit haben wir es auch wieder geschafft. In der 53. gewerteten Saison in Folge haben wir den ersten Rang erreicht. Sehr, sehr geil. Abschließend schauen wir uns natürlich auch noch mal schnell den Wehrpass an. Insgesamt haben wir 15 Gefechte benötigt in dieser Saison. Und das Ganze mit 93% Siegrate beendet. Leider eine Niederlage gehabt konnten dort aber wie erwähnt unseren Stern bei sichern. Aber ja ich bin persönlich natürlich nicht ganz zufrieden. Speziell ich glaube wir hatten dort eine relativ gute Serie. Wir hatten Saison 52 mit 100%. Dann 51 mit 100%. 50 mit 100%. 49 mit 100%. 48 mit 100%. Und dann in der 47. Saison ging es uns ähnlich. Dort auch eine Niederlage und einen Stern sichern können. Hatten dort eine relativ gute Streak. die jetzt hier leider wieder gebrochen ist mit den 100%. Trotzdem war es auf jeden Fall ja solide. Zweimal bin ich in der Saison gestorben. Einmal relativ unnötig weil ich Torpedos kassiert habe. Mehr oder weniger habe ich zwei Torpedos auf dem feindlichen Zerstörer getroffen. Und er halt zwei auf mich. Das war mehr oder weniger der eine Tod und der andere Tod wo ich schon in der ersten Folge erwähnt habe wie das passiert ist. Von daher bin ich auf jeden Fall semi zufrieden. Zerstörungsverhältnis definitiv ausbaufähig aber könnte natürlich auch schlechter sein. Durchschnittliche Erfahrung etwas über 2000. Hatten aber auf jeden Fall auch ein paar sehr sehr knappe Runden dabei die wir auch heute in der Folge gesehen haben. Speziell die vorletzte Runde die war richtig geil. Sehr sehr knapp konnten wir aber noch in einen Sieg drehen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter Account meinen Twitch Kanal meinen Discord Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute. Haut rein. Ciao Ciao Ciao